Auf der Seite nrw.tv bekommt ihr den Link zu Megan Jazz offizielle Seite und dort bekommt ihr die Tourdaten von den aktuellen Sachen, die anstehen. Aber hier bekommt ihr die Akustikversion von einem Song auf diesem Album namens Call of the Wild und ich freue mich schon sehr darauf. Also, los geht's mit euch. Musik 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 All over the world All over the world Wunder, wunderschön. Vielen herzlichen Dank. Ich kann jetzt mal einfach sagen, ich denke mal, euch liegt noch eine große Karriere vor, wo ihr ja schon so viel gemacht habt, vor 400.000 Leuten schon gespielt und vieles andere. Das ist das aktuelle Album und ich habe ja gesagt, es gibt auf der Website alle Tourtern, es gibt auch ganz viele Videolinks und es gibt auch die Version von Creep, die Cover-Version von deinem Lieblingslied. Warum ist das dein Lieblingslied? Keine Ahnung, ich finde Radiohead geil. Wir sind sie auch total und du hast gesagt, bei dir gibt es einfach kein Lied, was besonders ist, sondern alle sind besonders. Also was Musik angeht, bin ich sehr offen. Ich höre eigentlich alles, bis auf Schlager, aber sonst höre ich mir eigentlich alles an. Das hört sich gut an. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Es war wirklich wunderschön, das zu hören und ich wünsche euch für eure Zukunft ganz viel Erfolg. Wir wünschen uns für unsere Zukunft hier bei NRW TV auch viel Erfolg und das kommt jetzt auch mit Nix um 20 Uhr und dann sind wir wieder da für euch morgen um 18 Uhr und ich weiß, im Lifestyle-Bereich gibt es die aktuellsten Kinofilme. Bei der Natascha geht es bestimmt um die WM und die Klickblicker. Die haben Themen, also wenn ich die verrate, dann muss man einschalten. Wir machen es als Überraschung, würde ich sagen. Was meint ihr? Einen schönen Abend wünschen wir und bleibt dran, es gibt gleich nichts. Danke euch nochmal. Tschüss. Danke.